Herzlich Willkommen! Heute freue ich mich, mit Ihnen zu beten. Hören Sie dieses erstaunliche Gebet und glauben Sie an Gott, dass heute ein Wunder geschehen wird. Dieses Gebet ist so kraftvoll, dass, wenn Sie es beten, es Ihre Welt verändern wird. Es wird Ihr Leben verändern, so wie es bei mir der Fall war. Es ist wirklich ein wunderbares Gebet. Wenn Sie es sprechen, versuchen Sie, so viel Dankbarkeit wie möglich dem Universum entgegenzubringen. Fühlen Sie, dass Ihr Gebet bereits erhört wurde. Wenn Dankbarkeit und Wertschätzung zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens werden, werden materielle und spirituelle Fülle in Einklang schwingen. Gehen Sie im Glauben, nicht im Sehen. Sprechen Sie jetzt das Gebet. Ich weiß, dass Wohlstand bedeutet, spirituell zu wachsen. Gott ist jetzt in meinem Geist, meinem Körper und meinen Angelegenheiten gegenwärtig. Göttliche Ideen steigen ständig in mir auf und bringen mir Gesundheit und Wohlstand. Ich bin der Kapitän meiner Seele, ich bin der Meister meines Schicksals, denn meine Gedanken und Gefühle sind mein Los. Ich bin unendlich dankbar für die göttlichen Reichtümer, die immer aktiv und unveränderlich sind. Die Wirkungsweise des Gesetzes des Überflusses ist in mir. Himmlischer Vater, danke für meinen finanziellen Wohlstand. Ich freue mich und bringe Dankbarkeit da, da ich weiß, dass ich eine Antwort auf mein Gebet erhalten werde. Und so ist es. Amen. Geben Sie denen, die bedürftig sind, um ihren Segen zu beanspruchen. Sehen Sie sich jetzt diese wichtige Nachricht an.